Dieses Blütenmeer löst in uns-mir-nichts-dir-nichts Frühlingsgefühle aus. Wer hier wohl gerade zwischen Tulpen, Rosen und Lilien stöbert? Ehefrau von Kicker Mario Götze und Model Ann-Kathrin Götze ist auf Blümchen-Shopping-Tour. Zu diesem Ausflug hat die 32-Jährige auch noch zuckersüße Unterstützung in Form ihres Sohnemanns Rome im Gepäck. Und bei diesem strahlenden Lächeln sind wir uns sicher, an dem Mini-Götze ist ein kleiner Feingeist verloren gegangen. Dick eingepackt in einer Teddy-Jacke entscheidet sich der Nachwuchs-Florist schließlich für eine rosa Nelke. Eine gute Wahl, wie bestimmt auch Ann-Kathrin findet, denn das Model scheint ganz wie ihr Minimi dem rosa Farbton verfallen zu sein. So sehen wir Romes Mama immer wieder in coolen rosa oder pinken Looks. Ob an der Luxus-Designertasche oder auch in einer knalligen Bluse beim Aufzug-Selfie, die Influencerin liebt Schein bei diesem Farbton. Da wandern die von Rome ausgewählten Frühlingsblüher bestimmt direkt in den Einkaufswagen.